Sie ist das Power Girl vom Baltischen Meer, mit der Wandlungsfähigkeit eines Chameleons. Platz 4 geht an Carmen Cass. Die einzigartige Schöne wurde in ihrer Heimat Estland entdeckt, doch blieb sie nicht lange im Dunkeln. Sie sagten, du willst zu gehen? Und ich dachte, du willst zu gehen. Aber ich hatte nichts besser zu tun. Ich wollte nur zu gehen. Carmen Cass hat einen unigen Blick, sie ist schön. Ich mag sie viel. Ich will ihre Babys. Wir sind alle jung und schön am Ende des Tages. Wenn es Nacht wird, hat Cass bereits mit ihrem makellosen Körper ihrem erotischen Gang und ihrem direkten Blick eine fette Tagesgage verdient. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie auch intellektuell und politisch versiert ist. Sie war nicht nur Kandidatin für das Europaparlament, sondern ist auch Präsidentin der estländischen Schachliga. Eine Frau, die schön und klug ist, Laufsteg und Parlament unter einen Hut bekommt. Carmen Cass muss sicher die Sexgöttin jedes intelligenten Mannes sein.